Hallo, begrüße! Mein Name ist Gerhard Oehler. Auf diesem Kanal geht es um das Thema Börse, Investment und Charttechnik. Das ist eine Schnelleinschätzung zu den Indizes, hier speziell jetzt der DIN Nasdaq. Der dritte Tag in Folge, dass wir von den Kurshochs zurückweichen. Wir schaffen einfach nicht den Ausbruch nach oben. Obwohl interessanterweise bestimmte einzelne Aktien, wie zum Beispiel die Microsoft-Aktie, relativ bullish dasteht, ist der Index nicht in der Lage, weiter zuzulegen. Die Frage ist, was passiert nun als nächstes? Wir sind noch immer noch im neutralen Bereich, das heißt, wir sahen keinen Ausbruch, aber auch kein Wegbrechen nach unten hin. Erst wenn wir hier Klarheit haben, sollte man in den Markt gehen, auf der Long- bzw. auf der Short-Seite. Wenn euch diese Kurzvideos gefallen, gebt mir einen Daumen nach oben, vielleicht schreibt mir unten auch einen Kommentar hinein. Und wir sehen uns dann auch das nächste Mal. Tschüss!